Oida, was geht Leute? Team Mobilt hier. Heute mal mit einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar zu einem Deathroad-Turnier, aber keins von uns, sondern von ChiyokLP, zwei Kollegen, haben uns halt gefragt, ob wir ein kleines Promo-Video für die machen können, bisschen Promotion, beziehungsweise auch selber mitspielen, was zeitlich glaube ich nicht ausgehen wird, aber gerne machen wir ein kleines Werbevideo für die, vor allem weil ja so viele Leute auf unserem Channel nach unserem Dn-Turnier, nach einem Deathroad-Turnier gefragt haben. Anmeldung geht noch bis zum Freitag, den 15.05. und das Turnier wäre dann am 22.05. also eine Woche später, ab 18 Uhr, aber die genauen Details könnt ihr noch mal in deren Video nachschauen. Link ist rechts, dann auf diesem Icon-Ding da und dort könnt ihr euch ja auch anmelden oder einfach eine E-Mail an chiyoklp.gmail.com mit eurer Deckliste und dass ihr mitmacht. Also wer Bock hat, wer nicht auf die DM kann und trotzdem irgendwie was zocken will, kann gerne dort mitmachen, wird sicher lustig. Ansonsten checkt auch einfach deren Kanal einfach so ab. Das sind coole Jungs, haben bei unserem Dn-Turnier mitgemacht und danach sind wir noch ein bisschen weiter ins Gespräch gekommen. Die zocken auch Hearthstone, so wie ich. Ansonsten, was ist auch schon. Wie immer, checkt unsere andere Videos ab, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, unsere Facebook-Seite und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.